Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute mit einem Level 24er, mit einem Level 3er wahrscheinlich und einem Level 9er. Und ja, was der Killer so macht, keine Ahnung, wissen wir nicht. Ich bin mal gespannt, was da jetzt abgeht. Ich brauch hier noch ein Gegenstand, ich brauch hier noch ein Item, muss ich hier mit drausschleppen. Ja, das wird witzig. Ja, das wird witzig. Ja, ja, ja. Also ich find mir dieses, dieses auf den Boden beugen und hohe, ich versteh immer noch nicht, was damit bezweckt wird. Ich muss da mal jemanden fragen, wo ich weiß, dass das Volkan angeblich gewusst hat. Marien soll das angeblich wissen, dann muss ich sie mal fragen. Ernsthaft? Warum zum Geier? Bin ich immer in der Nähe von dem Scheißverfickten? Ihr wisst schon was, Killer. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ey, wie groß, wie klein ist denn das Areal? Hat er mich echt aus den Augen verloren? Kannst du mir noch nie erzählen. Aber es ist nett von ihm, dass er mich wieder abgelassen hat, also von mir abgelassen hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich machen soll. Ich hab irgendwie ein bisschen Schiss. Okay, der ist beschäftigt mit wem anderen. Ja, juhu! Ach, da hinten ist er. Er hat gedacht, ich würde da hinten hinlaufen. Hätte nicht gedacht, dass ich zum Bus laufe. Bisher ist noch kein einziger Generator an. Ich frag mich immer, was die Leute machen. Erst mal Truhen looten. Apropos, ich muss auch noch eine Truhe looten. Gut, dass ich dran denke. Äh, normalerweise... Der ist instinkt wieder vom Haken gehöpt. Ja, normalerweise ist er immer... Oh Gott, jetzt hängt er das zweite Mal am Haken. Ja, der hat einfach versucht zu entkommen. Hat's auch geschafft, leider. Also... Ich muss mal gucken, gibt's hier irgendwo... Ich muss... Ich muss... Normalerweise ist hier immer irgendwo eine Truhe. Ach, fuck. Hier ist keiner. Dann geh ich wieder nach unten und guck da hin. Jetzt ist er schon wieder vom Haken. Alter, entweder die holen den die ganze Zeit runter oder der hüpft bis zum Gehtnichtmehr. Naja, also von mir aus können die das gerne... Warte mal, ist hier vielleicht was drin? Hier unten ist der Keller. Komm. Truhe. Ich bin ja einfach mal optimistisch und hoffe, dass ich einfach überlebe. Der Typ... Hängt der schon? Nein, noch nicht. Und jetzt? Kann ich hier wieder raus? Und wenn er die Spuren sieht, dann sieht er die sowieso nur... Ja, der ist ja instantly tot, natürlich. Der war jetzt schon dreimal am Haken. Und es gibt bis jetzt nur einen, der einen Generator gemacht hat und das war ich? Was machen die anderen? Die schillen wieder ihre Koks, ey. Oder sind die alle im Schrank und machen den Hardcore-Henry? Oh, fuck. Oh, fuck. Sind die da hinten alle so nah beieinander, die Generatoren, oder was? Wenn das so weitergeht, muss ich die Hedge suchen. Wenn der schon der zweite... Der letzte Farm, der macht irgendwie nichts. Ja, weil... Och, fuck. Der hängt da... nur am... im... im Schrank drinnen rum. Ich glaube, bei den Notquick-Time-Events sollte ich einfach nicht reden. Fuck! Was zum Geier ist hier los? Ich glaube, ich suche echt gleich die Hedge, wenn das so weitergeht. Er hat in meine Richtung geguckt. Guckt immer noch in meine Richtung, oder schon wieder? Ich höre was. Er ist unten. Er ist doch nicht unten. Leute, was macht ihr? Ich bin jetzt gerade auch nicht gut beim Reparieren, aber... In der Runde hier überhaupt nicht, aber... Der kämmt an der Leiche, der Typ. Der guckt einfach nur in die Richtung. Sorry, ich kann dich da halt nur hängen lassen. Soft läuft der mir gerade hinterher. Ich habe dieser letzte Farm, ne? Ich will nicht wissen, wo der war. Im Schrank wahrscheinlich. So, ich brauche es nur... nur einen zweiten Generator. Alter, komm schon. Wenn ich den jetzt repariere, dann kriege ich wenigstens die Hedge. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Das wird wieder so ein Scheiß-Match. Das wird wieder so ein Scheiß-Match. Habt ihr irgendwelche Generatoren schon angefangen? Babys. Ist der immer noch da? Kämmt der da? Ja, er kämmt. Das wird wieder so ein Scheiß-Match. Oh, fuck. Ernsthaft. Eine Millisekunde. Ernsthaft. Boah, ich habe das gesehen. Das war echt eine Millisekunde. Allerhöchstens. Das war fast durchgezogen. Fast. Fuck you. Ey, wer weiß, was der alles für Perks dabei hat. Ernsthaft. Ja, zeig mir wenigstens die Hedge, damit ich noch schnell rauskomme. Komm schon. Zeig mir die Hedge, süßer. Wo ist die Hedge? Komm, zeig sie mir. Komm schon. Wir können das Spiel ganz lange spielen. Ich kann hier auch noch. Hier habe ich auch noch ein Brett. Oh, fuck you. Lass mich krabbeln. Der macht ja auch noch erstmal schön hier. Ich hole mir ein paar Punkte. Oh Gott. Ich dachte, der sieht mich nicht. Der will mich im Keller aufhängen, oder? Oh Gott. Ich kann hier nicht dran wünschen. Fuck, ey. Tja, also das Medikit konnte ich nicht mitnehmen. Schade. Alter. Ja, ja, uh, ich habe einen Punkt verloren. Saboteur. Okay, der hat nichts anderes gemacht als Saboteur. Und Let's farm points, ne? Sagt schon alles, ne? Level 3 auch noch. Boah. Fies. Fies, 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 fies. Naja, gut. Immerhin 7000 Punkte. Wie sieht uns in der nächsten Folge? Tschüss.